Du solltest meinen Rat annehmen. Zeig mir deine Ware. Hör bloß auf mit der Scheiße. Du elender Dieb! Man muss eben auch. Das gibt doch nie viele Tropfen gibt, das nicht so weiter. Das ist eine große Herausforderung. Untertitelung des ZDF, 2020 Arrgh! 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 Halt! Irgendein Morrer bringt unsere Leute um! Weißt du etwas darüber? Ich auch! Nein! Wir beobachten dich! Ja, klar. Du hast gut reden. Am besten, du hältst dich da raus. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Verpasst auf in der Scheiße. Du solltest meinen Rat annehmen. Das gibt doch nur wieder Ärger. Am besten, du hältst dich da raus. Wegen der Söldner. Das hier habe ich in Ashtons Versteck hinter der Arena gefunden. So ein Dreck. Da hast du wohl doch recht gehabt. Der Hund sagt sich das Gold scheffelweise ein. Ich muss mal ein ernstes Wörtchen mit dem Kerl reden. Sehr gute Arbeit. Hier dein Söld. Hör bloß auf mit der Scheiße. Du hast mich bei Marek verpfiffen, du Schwein. Na und? Was willst du jetzt dagegen machen? Verdammt, der Viecher! Das bringt nichts. Das bringt nichts. Nichts so vieles rum. Esожу zurück. Geht's keeper за den darst. Geht's dir das nicht. Aj망. Eine blaráxation. Den hast du fertig gemacht. Abgebrochen. 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 Dem hast du es gezeigt. 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 Dem hast du es gezeigt.